Österreich hat, wie wir wissen, Rekordschulden trotz der Rekordsteuereinnahmen. Wird da zu viel Geld ausgegeben? Ist unser Wohlfahrtsstaat ein Problem? Oder wie sollte man das lösen aus Ihrer Sicht? Ja, natürlich wird viel zu viel Geld ausgegeben an den falschen Stellen. Also wenn ich das nachrechne, was der Staat an Einnahmen hat, könnte, ich habe das schon einmal gerechnet, könnte ganz Österreich das ganze Jahr mit Wohnungen und Lebensmitteln versorgt werden. Das heißt, die ganzen 7 Millionen oder über 7 Millionen Einwohner könnten leben mit dem Geld. Das heißt, es muss irgendwo versickern, wo es nicht hingehört. Aber den Wohlfahrtsstaat abzuschaffen, das wäre der falsche Weg. Wir wollen ja besser werden und weiterkommen und uns weiterentwickeln. Die Menschheit bleibt ja nicht stehen. Das heißt, wenn man die kleinen Mittelbetriebe, die ja das Rückgrat überhaupt des Landes sind, leben lässt, muss man den Wohlstandsstaat nicht abschaffen. Dann geht sich die Rechnung aus. Danke.